einen wunderschönen guten morgen meine lieben mein name ist g aus dem crypto café ich bin euer crypto trainer und meine spezialität ist informatives entertainment für euch und definitiv keine finanzberatung ja ob das sich jetzt um entertainment handelt muss es natürlich jeder für sich selbst beurteilen es sind schlechte nachrichten ja für alle aber es gibt auch hoffnung und das heißt für alle die denken ja jetzt muss ich sofort alle kryptos verkaufen und nein also auch ich bin weiter am hoden ja ich habe meine strategie ein bisschen umgestellt was hier vor mir angeht dazu werde ich heute eine weitere sendung machen hier fahren update aber erst mal zum aktuellen thema wir haben gestern ein ziemlichen server auf gehabt in allen bereichen also wohl bei bitcoin die serie um ihr seht diese ziemliche bewegung die serie und von zwei etwa 3853 aufrunde auf 345 400 400 punkte etwas mehr als zehn prozent bei bitcoin ist nicht so schlimm aber es sind auch 4 4000 punkte für 3400 punkte knapp zehn prozent was hat dazu geführt und wie es weitergeht das klären wir heute in der kurzen morgen sendung legen wir direkt los also der grund warum das passiert ist dieser dieser artikel hier der gestern veröffentlicht worden ist gestern abend ihr seht hier am datum das war eine sitzungsnotiz beziehungsweise ja sowie protokoll aus fett seine sitzungen von dezember mitte dezember und ihr wisst ja ich habe selbst darüber berichtet der der paul der kam ja mitte dezember und hat auch in der öffentlichkeit mal fragen beantwortet unten aber diesen bericht haben die natürlich nicht veröffentlicht ich gehe davon aus dass es einfach darum ging ja weihnachten steht vor der tür ja wir wollen jetzt nicht die gesamte den gesamten markt in den angst und panik versetzen also sagen wir erst mal nur grob zusammengefasst leicht verdaulich ja dass das so verglichen mit dem was hier drin steht dann das was er gegenüber der öffentlichkeit gesagt hat und ja und den resten veröffentlicht waren da halt später und kann natürlich auch anders sein ja aber was steht jetzt in dem bericht was was so beängstigend ist oder was den gesamten markt bewegt hat ich sage euch da ist da ist der krypton markt noch gut aufgehoben wenn man sich mal die aktienmärkte anguckt ja die was die alles nasdaq minus drei prozent ja das sind das ist schon viel beängstlicher als da beängstigender also was steht in dem bericht ich fasse einfach alles kurz zusammen für euch ich habe das auch nicht mal nicht ins letzte detail gelesen aber so im groben steht da drin inflation ja und diese fettpolitik ja die was passiert und natürlich die wirtschaftliche aussicht das nie drei punkten also erster punkt für inflation bislang hat natürlich die fetten ihr wisst durch diese corona 2009 10 2020 und so haben wir extrem viel geld ins system gepumpt ja man sagt ca 30 prozent der gesamten im umlauf seit der gründung bei der umstellung ja von gold auf us standard dollar standard jemals produzierten dollar ja haben die ja in 30 prozent davon haben die in 19 20 in den markt gepumpt und dieses schnelle geld ja entsteht eben dadurch dass die fett gleich mal staatsanleihe kauft der hat der staat sieht okay wir haben problem ja wir wollen aber nicht nur in eine rezeption reinrutschen was machen wir der staat gibt anleihen als staats schuldscheinen sozusagen aus ja und die schuldscheine werden dann direkt vom fett fett ist nicht der staat das muss man trennen fett ist so eine eigene entität ja die für die geldpolitik zuständig ist die kauft natürlich diese schuldscheine vom staat an sozusagen und somit geht geld in den markt rein ja zu den banken die banken haben mehr geld gegen die lockere kredite raus für die unternehmen die unternehmen können mehr mehr spielraum können mehr einkaufen können gehälter anpassen und so weiter und so fort das ist der fluss beim bisher und die haben letztes jahr der angefangen dieses jahr der anfang mit tapering tapering ist genau das gegenteil ja wenn nämlich die fett sagt okay wir haben zu viel geld im ganzen markt im umlauf wir brauchen die brauchen das nicht mehr also reduzieren die diese ankäufe von staats diese anleihen das heißt die pumpen weniger geld pro monat in den markt rein die pumpen jetzt immer noch geld rein aber die reduzieren das ja monatlich und das wird darauf also bei aktuellem tempo da drauf hinauslaufen dass sie im märz dann kein geld mehr zusätzlich also diese milliarden zusätzlichen geld in den markt rein pumpen da drauf läuft hinaus und die haben auch angekündigt eine entsprechende zins mit der zinserhöhung anzufangen anfang dieses jahres also etwa märz so inflation ne du bist viel geld in den markt rein lockeres geld und das geld gehen natürlich auch in die investment ja nicht umsonst haben die ganzen aktienmärkte auch bitcoin kurz gedippt 2009 10 ihr wisst ja also als 2020 als los ging mit corona und sofort erholt ja und seitdem auf dem steilen weg nach oben ununterbrochen da guckt euch einfach die langfristigen chart an oder ich mache das einfach mal auf für euch so und dann gehen wir einfach auf die wochen charts ja ihr seht hier der dip 16 märz das war also saulose ausgebrochen ist von 9000 runter auf 6000 30 prozent etwa 20 30 prozent und seitdem einfach nur steil hoch ja und das ist einfach diese lockere geld ja und was passiert wenn das lockere geld nicht mehr da ist naja gut das geld was normalerweise immer in den markt reingepumpt wird damit es immer weiter steigt ist nicht mehr da also entweder bewegt sich das ein seitwärts oder konsolidiert weil nachhaltige technologie artikeln firmen drin und damit korreliert natürlich der kryptomarkt auch ein bisschen ja man sagt zwar immer na ihr hörte inflation desto mehr leute gehen ins bitcoin als inflations hedge ja also sicherung von von werten aber das große geld ja vor allem bei den hedge funds und so die sind noch nicht mal zu fünf prozent im bitcoin ja das heißt da ist noch nicht wirklich angekommen auch wenn da einmal tesla jetzt bitcoin auf seinem balance sheets drauf hat er ist er ist die adaption noch nicht so weit ja wir sehen adaption in der anwendung in bestimmte branchen und so weiter aber dass die das große geld wo das sitzt da in bitcoin einsteigt dass da sind wir noch nicht so weit das heißt ist trotzdem ein spekulationsobjekt für für die ganzen fonds und so weiter und sag ich mal wenn die ihren ihren geld aus den spekulativen werden rausziehen werden die das auch aus dem kryptomarkt aus rausziehen aber das ist die inflation die feld hatten jetzt in ihrem bericht gesagt okay die haben sich geirrt die haben vorher immer gesagt ja bislang die inflation vorübergehend 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 das geld sobald wir aufhören das geld zu pumpen wird die inflation auch wieder zurückgehen und jetzt in diesem bericht haben gesagt okay wir haben uns geirrt ja dieser dieser rückgang den wir prophezeit haben und zumal dieser transitory transitory nennen die das vorübergehenden inflation ist nicht vorübergehend ja das wird länger so sein mindestens bis ende 22 sogar bis 23 hinein das heißt also die inflation ist lang anhaltender als die erwartet haben das der erste punkt dazu inflation weitet sich aus ja vorher wurde immer gesagt okay das bezieht sich nur auf wenige branchen ja gebrauchtwagen energiepreise und so weiter aber im alltag spiegelt sich das nicht wieder in dem bericht steht okay das ist nicht so dass die inflation hat sich ausgeweitet bezieht sich praktisch auf allen bereichen des lebens okay da haben wir uns geirrt das haben die gesagt ja auch schlecht so dritter punkt inflation ist natürlich die ziele ja die haben immer gesagt okay sobald wir aufhören geld zu pumpen sobald wir die zinsen erhöhen wenn die inflation zurückgehen also ist es vorübergehend man muss sich keine sorgen machen und in diesem bericht steht okay also die haben natürlich nicht wofürdig gesagt macht euch sorgen ja die haben aber gesagt wir haben das langfristige das ist wichtig zu betrachten wir haben das langfristige inflationsziel aber das ist das was die anstreben angehoben ja das ist jetzt früher war das bei 1,2 1,3 prozent etwa jährlich jetzt haben die angehoben auf über zwei prozent das ist das langfristige ziel was die als sozusagen als möglich oder als erstrebenswert sehen also langfristige inflation ihr wisst der nächste punkt das war der erste punkt der zweite punkt ist natürlich das tapering der tapering ist eben diese reduktion ja reduktion von bonn ankäufe weniger geld in den marktpumpen und die zinserhöhung die haben gesagt ja wir tendieren tatsächlich dazu mit dem tapering das ist aus unserer sicht also diese reduktion von geld in den marktpumpen vielleicht nicht so wirksam als zins anhebung ja und es steht tatsächlich offen dass die zins anhebung schneller und effektiver effektiver einsetzen das heißt im schnellere früher wurde es über mehrere jahre zwei drei jahre eine schrittweise angehoben und jetzt beziehen die das betracht innerhalb kürzere zeit diese zins anhebung durchzuführen zins anhebung heißt natürlich ja geld geht aus dem aus dem spekulationsmarkt raus und in die anleihenmarkt rein das heißt weil man einfach mehr geld als sicheres geld bekommen wenn man kein sicheres geld auf zinsen bekommt ja für zinsen bekommen gehen wir natürlich in den aktienmarkt das heißt das geld wird abwandern ja aus dem spekulationsbereich aus dem risikobereich in die eher fundamentalen sicheren bereichen ja und eigentlich müsste es ja auch ein gutes zeichen für crypto sein zumindest für bitcoin ja vielleicht nicht für alle altcoins bitcoins vielleicht aber auch ähnlich wie ich vorhin gesagt habe ob das ähnlich wie bei den feilsfonds wie so verhält das kann kann niemand euch sagen ja auch ich nicht der dritte punkt ist natürlich der wirtschaftliche rückgang ja das ist hier letztens hat auch der ilo mast selbst gesagt dass er wartet 2022 gegen end anfang des jahres eine rezession ja da die nicht gesagt ob das lang anhaltend ist oder über vorübergehende sag ich mal ausruhen der wirtschaft ist aber das ist auch was sie fett die haben jetzt in diesem artikel nicht ausdrücklich das wort gesagt ja die haben nur gesagt ein risiko ja das rückgang dass der der wirtschaft der us-wirtschaft mit diesen ganzen maßnahmen verbunden weil natürlich gleichzeitig auch noch die erwarten zwar ja das ist sich eine das ist dieses supply chain problem lockert aber nicht dass es komplett weg geht ja von heute auf morgen und dieses kombiniert zusammen mit deren maßnahmen jetzt zb verstärkt zu tapering verstärkt zinsanhebung kann natürlich dazu führen dass es einen wirtschaftlichen rückgang gibt und wirtschaftlich rückgang ist eine rezession ja was warum naja gut supply probleme na ihr wisst die die firmen haben nicht genug material um zu produzieren um den bedarf zu decken der leute ja gleichzeitig tapering und zinsanerhöhung das heißt die leute geben weniger geld aus also weniger geld ausgeben in der wirtschaft der rückgang und die firmen die haben höheren kosten zur produktion der waren also müssen die auch sparen das heißt alles zieht sich zusammen die wirtschaft statt sich sich auszudehnen zieht sich das zusammen das ist eine rezession ja rezession heißt dann auch nicht mehr vorübergehend ein halbes jahr ja sondern ist meistens eine längere zeit sache ja nur diese große kurven die sind nicht so so er die sind eher so das sind die großen sachen eine gute sache zumindest steht in dem bericht es waren vom mitte dezember jetzt die situation natürlich ein bisschen anders ja ist natürlich diese kovid geschichte das ist nicht mehr so so extrem ins gewicht fällt so eine große auswirkung auf die wirtschaft hat und dass sich das einigermaßen stabilisiert hat ja das ist so etwa das was in dem bericht steht und das kann man so ein bisschen als angst und panikmacherei sehen weil es sind natürlich sehr viele zukunftsszenarien aufgegriffen und wenig substanz als substanz insofern dass sie natürlich ihren maßnahmen entsprechend anpassen würden oder könnten ja das ist stelle schon mal in aussicht das heißt man hat hier in dem bericht so praktisch das was man als worst case nennen könnte wie es passieren könnte was kommen könnte ja und wie die darauf reagieren könnte und das ist das problem diese ganzen märkte aktienmärkte online märkte und optionsscheinen future märkte aber auch crypto die reagieren natürlich auf die psychologie ja und diesen dieser bericht ist ein einfach ein zwar eigentlich ein fakt ja aber es sind psychologischen faktoren die in diesem bericht eben zustande gekommen sind und dazu eben diesen markt bewegung herbeigeführt hat ja so viel geredet was ist jetzt wie geht es jetzt weiter das würden wahrscheinlich viele wissen aber ich kann euch auch nicht sagen wie es weitergeht ja das ding ist natürlich das was die sagen sind sind jetzt nicht einfach aus der luft gegriffen ja und wie sich die wirtschaft entwickelt wie sich die supply probleme supply chain probleme weiterentwickeln wie sich covid weiterentwickeln das kann niemand vorher sagen ja es kann auch morgen kompletter ausbruch eine neue variante geben und dann hausen wir alle zu hause es kann man auch von heute auf morgen sagen okay dieser omikron hat jetzt alle anderen sorten variante verdrängt und ist ungefährlich obwohl man daran erkrankt als eine grippe die jetzt jedes jahr kommt da muss man sich keine sorgen mehr machen ja da auch kommen und vor allem heute ist donnerstag morgens freitag denn da gibt es noch mal arbeitsmarkt zahlen aus usa wird nicht so ein großer einfluss haben aber ist trotzdem auch ein faktor arbeitsmarkt daten inwiefern die vollbeschäftigung sich dahin bewegen inwiefern das dann einfluss hat auf den markt das wissen wir nicht also meine mein bauchgefühl sagt mir ja das ist noch nicht zu ende also macht euch bereit ich habe gestern in unserer discord auch gesagt ich gehe davon aus dass wir in richtung 40 41 gehen könnten aber es nur so ein reines baugefühl weil ich betreibe kein trading deswegen kurzzeit projektion ja wo da ich mal uns in den nächsten stunden und tagen und bewegen das ist für mich unbedeutend für mich bedeuten wie die langfristige entwicklung ist ja und dazu werde ich heute auch noch eine news sendung machen und meine meine angepasste meinung zum aktuellen markt sagen und ja also diese sendung das ist ich will das nicht zu sehr in die lange ziehen fakt ist ja die 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 fed hat mehr oder weniger kapituliert ja vor der situation die haben sozusagen da rein interpretiert okay wir haben versagt ja wir haben viel geld in den markt gepumpt um die wirtschaft anzukurbeln jetzt läuft uns die inflation aus dem ruder ja das ist ja praktisch diese diese langfristige inflationsziel und wir werden jetzt alles versuchen was in unserer macht steht um das wieder in griff zu bekommen aber ob wir es schaffen oder nicht oder ob wir tatsächlich übertreiben und mit den maßnahmen eine rezession herbeiführen das wissen wir auch nicht aber wir werden einfach irgendwas tun ja wir werden es beobachten und etwas tun das steht in dem bericht und das wird auch ein markt auf dem markt haben also macht euch bereit ich denke der dip ist noch nicht vorbei nur mein bauchgefühl und also aber es ist gut immerhin ja wir sehen hier wir haben gestern nur in einführungsstrich 500 millionen long liquidation gehabt ja lang nicht so schlimm wie Anfang dezember oder wenn man noch weiter zurück im mai letztes jahr ja war mal dreimal viermal so viel liquidation gehabt und da kann man sehen ja ein tatsächlicher fett bericht hat wenige auswirkungen als wenn elon musk seinen mund aufmacht zum thema bitcoin zumindest war das mal so das war es von mir kurzer bericht über die situation im markt ich hoffe ich habe ein bisschen verständnis für die sache reingebracht und wir sehen uns spätestens heute es gibt zwei sendungen einmal die news sendung heute noch und einmal die aktualisierung der yield farming strategie bis dahin mein name ist g aus dem crypto café ciao ciao ich bin froh